Nach Feierabend Nach Feierabend Nach Feierabend Nach Feierabend Spät, ist denn hier alles verdreht? Ein jeder denkt dabei nur an sich, aber ich, ich denk an mich. Bei Hexenschuss ein Freund, wie er einmal riet, du fühlst dich besser, wenn man dich massiert. Ich suchte die gewissen Häuser auf, doch mit Krankenschein ließ mich kein Mädchen rauf. Beim Maskenball, da hab ich sie gesehen, ich schmiss mich an, es war um mich geschehen. Beim Schmusen merkte ich, hier ist was faul, denn sie sprach reichlich tief und hieß noch Paul. Ist denn hier alles zu spät? Ist denn hier alles verdreht? Ein jeder denkt dabei nur an sich, aber ich, ich denk an mich. Ist denn hier alles zu spät? Ist denn hier alles verdreht? Ein jeder denkt dabei nur an sich, aber ich, äh, äh, also ich, ähm, ich, äh, Denk an mich. Denk an mich. Untertitelung des ZDF, 2020